hallo und der wild west event ist da habt ihr denn schon gespielt und das dynamit erzähl mal was konntest du über das dynamit bis jetzt rausfinden er sofort was zu sagen schlecht schlecht und noch mal schlecht wie fandest du das wild west event schlecht schlecht ja fortnight ohne schild ist für den herrn sofort der geht ja für mini was weiß ich noch nicht gut ja so jetzt kommen wir heute zu dem richtigen daily shop und zwar aber hier erst mal ich gebe der vier von zehn richtig gibt es sieben von zehn was ja und das ist an die omega picke so ein bisschen feldes train sechs von zehn du guckst die ganze auf den körper guckt mal nach oben so dem ich eben noch die dem ich acht von zehn mega als sieben von zehn okay dann kommen wir weiter zu dem 10 von 10 dagbombe mein liebens gehen ja definitiv auch zehn von seinen liebens hammer geiler skin die thunder crash ist auch zehn von zehn von meiner seite ja gut da kann ich jetzt nicht so weit und sehen von 1 von 10 hört keiner jetzt oder hat keiner kein sound kein sound hast den sound vergessen hat nicht funktioniert irgendwas gehört kurz das klacken würde mich aber nicht wundern wenn da noch irgendwann der prinz von welt er noch einmal ein bisschen meckern würde weil also ich glaube nicht der prinz von bel-air aber sein kollege hat doch so getan ja schaut euch das mal an prinz von bel-air und das ist ein klassischer tanz ich gebe dem acht von zehn ich finde den witz zu schimmer 0 von 10 ja das ist doch sehr gut gibt den nein für den ohne witz für den preis für den preis kriegt er trotzdem von mir drei oder vier letzten ja der kick 0 von 10 der marki master 0 mein gott was hat nichts einmal in das backpack und so mal ran an den marki master 0 was ist denn das will sie sein zu gehen mal zurück nein wenn wir gehen mal näher ran an die seite so ein bisschen was ist denn das das ist doch das sind das sind das marshmallows soll es soll es ein fisch und fisch auf marshmallows sein dass darum das storm wie so eine zuckerstange oder was oh mein gott ich finde den auch nicht gerade schön aber auch da drei von zehn fünf von zehn und einfach ja der ist auch nicht besonders ja drei von zehn ja also ich sage mir von zehn selben leiten auch darauf ein bisschen noch ein tschüss 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 tschau morgen mit gleich joh